Wir haben die 27.7.2022, das ist die Bachstätze, gerade hier vorne. Jetzt habe ich sie gerade noch gesehen, wie sie dort hoch fliegt. Jetzt sehen wir sie dann wahrscheinlich weiter fliegen. Und wie sie sich dann von der Wand abstosst, dann fliegt sie hin und fliegt zurück. Ich glaube, sie ist auch so wie der Ausrutschland, sehr gut und dann geht es in 6.Zielen. Wir haben die 27.7.2022, glaube ich kann das schon sagen.